Moin Moin! Wir gehen in die 19. Runde für das Aktien-Sparplan-Depot jeden Monat Dividende. Ja, das ist September 2019, das heißt 19 Monate sind jetzt schon auf der ganze Sparplan. Ja, und wir schauen uns mal die Zahlen an, wer hat die Dividende ausgeschüttet. Und zwar waren das diesmal 7 Unternehmen, beginnen wir mit IBM, 5,77 Euro. Dann Unilever 4,02 Euro, Johnson & Johnson 3,69 Euro, Microsoft 2,13 Euro, Walmart 2,80 Euro, McDonalds 3,41 Euro und Boeing 1,38 Euro. Zusammen macht das 21,82 Euro. Das ist für mein Aktien-Sparplan-Depot neuer Rekord und zum ersten Mal auch die Marke 20 geknackt. Wenn man sich noch den letzten Quartal anschaut, dann wenn wir feststellen können, da war ich noch bei etwa 18 Euro, also 3 Euro weniger. Und ja, also Juni, jetzt haben wir September, 3 Monate, 3 Euro drauf und die 20-Euro-Marke endlich geknackt. Ja, da haben wir noch eine kleine Übersicht zum letzten Quartal und zum jetzigen Quartal. Wir sehen also, die meisten Werte sind zwischen 15 und 20% gestiegen. Ja, und dann können wir uns vielleicht, also diesen Post hier, also meine Dividende, jeden Monat Dividende, die Beiträge, die hatte ich auch schon gestern bei Instagram gepostet. Falls ihr mich da verfolgt, dann kennt ihr ja auch schon die Zahlen, da kann ich auch mal kurz zeigen den Post bei Instagram. Hier vorne sehen wir das, also September mit IBM und hier Wollmarkt und so, das sind die sieben Unternehmen. Und diesen Post habe ich halt gestern schon, gestern Abend bei Instagram gepostet. Also falls Interesse besteht, könnt ihr mir auch dabei Instagram folgen. Ich poste da täglich 1-2 Beiträge zum Thema Sparplan oder auch halt allgemeine Sachen für Aktien halt, alles von dran. Ja, dann können wir uns mal ins Depot einloggen. Ich hoffe, ich bin noch da. Nein, ich bin schon ausgeloggt. Dann logge ich mich einmal kurz ein. So, und da bin ich wieder. Ja, dann schauen wir uns das Ganze jetzt beim Konsensbank-Depot an. Ja, Procter & Gamble hat die Führung übernommen. Starbucks hat, ich glaube, wirklich von 56% noch im letzten Monat August mittlerweile noch 38% plus. Also ordentlich gefallen. Und Procter & Gamble hat noch ein bisschen zugelegt und ist jetzt die Nummer 1. Und Starbucks ist jetzt leider nur noch die Nummer 2. Ich glaube, Starbucks war bei mir lange, lange, 4, 3, 5 Monate wirklich die Nummer 1. Und wie gesagt, jetzt haben die Plätze getauscht, Procter & Gamble. Aber auch, okay, heute habe ich ja allgemein, ich glaube, das Depot 1% verloren. Gestern stand ich noch bei 20% Performance. Heute sind wir nur noch bei 19%. Ich glaube, sogar heute Morgen teilweise 18,5% gewesen. Also ordentlich verloren von gestern Abend und heute Morgen noch. Aber ist eigentlich so tragisch. Das ist ja ein langfristiges Depot und deswegen alles halb so schlimm. Ja, also Procter & Gamble mit 41% plus. Dann Starbucks haben wir hier 38, ist ein bisschen gefallen. Microsoft ist mit 30% plus. Wallmarkt immer noch dabei. Spielt oben mit. Dann Apple mit 23% und so weiter. Dann haben wir noch PepsiCo. McDonalds. PepsiCo ist übrigens nicht mehr sparplanfähig bei der Contos Bank. Aber diejenigen, die es schon im Shopplan haben, bei denen bleibt es natürlich erhalten. Für die neue leider nicht mehr. So, dann haben wir weiter. Was haben wir noch? Unilever mit 11%. Dann, 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 dann sehen wir hier Altria. So, minus 17%. Ja, die fallen, fallen, fallen. Wir sind mittlerweile schon bei 37 Euro. Mein Einschränkenskurs ist bei 45 Euro. Dementsprechend liege ich hier schon mit 100 Euro im Minus. Also etwa 17 bis 18%. Ja, aber kein Ding. Also, ähm, ich sehe das halt ein bisschen halt nicht so tragisch. Und, äh, dann kaufen wir halt die nächsten Monate einfach wieder günstiger ein. Ich kann ja mal schauen, was wir gestern für einen Preis gekriegt haben dafür. Dann können wir uns hier mal kurz... Also, wir sehen, die Preise liegen wirklich von, äh, Kurs 52,49 Euro. Die letzten Monate, also 2018, habe ich wirklich über 50 Euro eingesagt. Hier 58 Euro sogar. Dann ging es etwas runter. Und, ja, seit diesem Jahr kann man sagen, sind wir hier im 40er-Bereich. 42, 43. Dann habe ich... Und gestern für 38 Euro den Sparparn. Also, Sparparn ist gestern, 1.10. ausgeführt worden. Für 38 Euro mit Nebenkosten halt. Die 1,5% sind mit reingerechnet. Und im Endeffekt habe ich dann so ungefähr 38,40 bezahlt. Derzeit liegt er bei 37,60. Also, ist okay. So, äh, ich hoffe, dann noch die nächsten Monate bleibt er noch so. Und dann kann ich noch die nächsten Dezember, Oktober... Äh, November, Dezember und Jan, November und Metz vielleicht nochmal auch ordentlich einsacken. Das Ding, wenn es bei 37, 36, 35 nochmal runtergeht, würde ich mich freuen. Und später dann, wenn es nach ein paar Jahren kann, kann es ja wieder hochgehen. Dann habe ich aber die Anteile recht günstig erhalten. Dann kann man sich ja auch drüber freuen. So, dann haben wir also die Dividenden haben wir durch. Die aktuellen Stand haben wir auch durch. Ne? So, dann haben wir das... Genau. Die Aktien, äh, also die Dividenden sind eingedruddelt. Letzten Monat sind knapp 20 Euro geworden, wie eben erwähnt. Neuer Rekord. Die 20er-Euro-Marke knallt. Zudem habe ich, ähm, meine Dividende, die hat sich ja schon summiert auf etwa über 40 Euro. Ich glaube, 44, weiß ich gar nicht genau. Habe ich ja, ähm, jetzt diesmal Toronto, also Dominion Toronto Bank habe ich, äh, sparen lassen am 1.10. Und, ähm, ja, ich habe mittlerweile schon zum achten Mal meine Dividende reinvestiert, zum achten Mal. Äh, das ist schon mal sehr, sehr toll. Und ich denke mal, in den nächsten Monaten wird sich das, äh, Ganze, äh, noch schneller gehen. Natürlich wahrscheinlich jeden Monat die Dividende reinvestiert, weil ich habe jetzt immer noch 14 Euro. Und wenn ich so 22, 23 Euro kriegen würde nächsten Monat, dann habe ich ja fast die 25 schon fertig. Und 25 Euro brauche ich ja, um, äh, um, äh, quasi den Sportplan durchlaufen zu lassen. Deswegen, ähm, ich denke, ab, ab diesem Monat quasi läuft das jetzt wirklich monatlich, dass ich, äh, Bögen oder halt Toronto Dominion Bank besparen kann. Vielleicht nehme ich mir auch noch eine dritte mit rein. Also ich überlege in dieses Depot noch, äh, Waste Management mit reinzunehmen als drittes. Also zu Bögen, äh, zu Toronto Dominion Bank und dann, äh, Waste Management quasi abwechselnd alle drei Monate mal. Ähm, da habe ich mir überlegen, ob ich Waste Management mal reinnehme. Ähm, einfach mal vielleicht die Frage jetzt in die Runde, was haltet ihr von Waste Management? Ich weiß ja, dass der Dividendenfuchs von Instagram, äh, das ist auch ein Sparplan hat. Übrigens, äh, schöne Grüße. Ähm, und, ähm, ja, also was sagen die anderen dazu? Also was haltet ihr von Waste Management? Ist das halt ein Unternehmen, was man in den, in den Aktienstoffen aufnehmen könnte? Einfach mal in die Kommentare rein, würde mich drüber freuen. Ja, ansonsten würde ich sagen, ähm, war es das für dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschö. Tschö. Tschö.